Hallo und willkommen zum 23. Türchen vom YouTube-Adventskalender. Hier wieder meine Kalender. Heute mit ein wenig Verspätung, weil dort oben, der Nachbar, der hat ein wenig gebohrt. Und ja, da kann man natürlich nicht aufnehmen, das geht doch nicht. Zum Glück hat er ja jetzt aufgehört, also können wir jetzt auch anfangen. So, im rubbellosen Adventskalender ist heute mal wieder eine Niete. Naja gut, man kann auch nicht immer gewinnen. Kommen wir zum Rittersport-Adventskalender. Da mache ich ja jetzt das 23. Türchen auf und mal schauen, was drin ist. Hier ist das 23. Türchen und das machen wir jetzt auf. Weiße Vanille war da also drin. Gut, und diese weiße Vanille, die packe ich jetzt auch mal hier rein. Und davon wird es dann ein Let's Eat geben. Let's Eat Ritter Sport. Da bin ich mal gespannt, wie das so schmecken wird. Und hier öffnen wir jetzt auch das 23. Türchen beim Lind-Adventskalender. Das ist das 23. Türchen und das machen wir jetzt auf. Die Mäusefamilie ist außer sich vor Freude. Es ist eine kleine Lok mit Anhängern und genug Platz für die ganze Familie und das Gepäck. Schnell haben sie ihre Sachen in die Lok gepackt und schon geht's los. So, und diese zwei kleinen Kügelchen waren dort drin. Ja, super. Jetzt habe ich nochmal zwei kleine Kügelchen. Da ist bestimmt wieder so eine Füllung drin. Ja, wird es auch für das Let's Eat dann geben. Werde ich aufheben hier. Gut, das war es dann auch schon mit dem Video zum 23. Türchen. Morgen gibt es dann an Heiligabend wahrscheinlich was Besseres. Da bin ich mal gespannt, was ich da so finde. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüssi.